Im Altersheim spielen sie Kniffel, der Spielplatz ist fast leer. Ich könnte mir so vieles ansehen, aber ich möchte nicht mehr. Ich setze mich an den Fluss und schaue die Sonne an. Ich schließe die Augen ganz entspannt, damit sie mich nicht blenden kann. Und der Keukarpfen Kobayashi schwindet wie in meinem Kreis. Er weiß nicht, dass er in Deutschland lebt und auch nicht, wie er heißt. Wenn man sich das Leben so anschaut, schaut es manchmal zurück. Es sagt, spar dir die Worte und bitte keine Musik. Die Nacht will uns verschlingen, aber sie schafft es nicht. Es wird dir nie gelingen. Es gibt einfach zu viel Licht. Und der Keukarpfen Kobayashi schwindet wie immer im Kreis. Er weiß nicht, dass er in Deutschland lebt und auch nicht, wie er heißt. Hallo ihr Freunde der Freiheit, ich grüße euch ganz entschieden. Denn nichts auf der Welt ist so wichtig wie die Freiheit und der Frieden. Erdogan bombardiert die Kurden, er wird die Konsequenzen spüren. Wenn wir den Kurden schwere Waffen liefern und auch seine Konten einfrieren. Und der Keukarpfen Kobayashi schwimmt wie in meinem Kreis. Er weiß nicht, dass er in Deutschland lebt und auch nicht, wie er heißt. Du musst mir nichts erzählen. Ich weiß nicht, dass er in meinem Kreis ist. Du hast die Sonnenbrille auf und beklagst die Finsternis. Der Sterbende sagt, ich sehe Lichter. Er lächelt noch einmal das Wahres. Und sie wissen nicht, was er gesehen hat. Tatsächlich Lichter oder Bares für Rares. Und der Keukarpfen Kobayashi schwimmt wie in meinem Kreis. Er weiß nicht, dass er in Deutschland lebt und auch nicht, wie er heißt. Ach.